So meine Lieben, herzlich Willkommen zu einem neuen Video von mir heute mit Facecam. Ja, ich habe ja gesagt, ich probiere mal so ein kleines gruseliges Spiel, free to play. Das Spiel heißt natürlich nicht free to play, sondern Punity, hat der eine oder andere von euch sicherlich schon mal gehört. Und zwar handelt es sich hier um so eine kleine, ja, Imitationsversion von P.T. Silent Hill, was ja nicht mehr gibt, ist eingestampft, genauso wie Alison Road, auch eingestampft. Und ich hoffe, dass trotzdem ist es irgendwann mal so ein Spiel in dieser Richtung gehen wird. Ja, ich muss euch sagen, ich bin nicht ganz so bewandert hier am PC. Ich bin ja eigentlich Konsolenplayerin und deswegen will ich jetzt mal kurz auf meine Tastatur starren, stieren. Ich weiß, man bewegt sich mit WASD und mit der Maus kann ich mich umschauen. Okay, wir probieren das einfach mal. Ja, jedenfalls wünsche ich euch viel Spaß. Okay. Ja, die Ecke, die kannte ich aus der P.T. Version 23,59. Schönes Bild. Schauen wir uns hier um. Oh, ich habe eine Taschenlampe. Ich habe eine Taschenlampe. Yeah. Okay. Scheinbar gibt es hier jemanden, der unglaublich viele Pillen zu sich nimmt und mit Teddys spielt. Okay. Hier komme ich nicht rein. Hier bewegt sich die Lampe in dem Windfang hier. Okay, Okay. Wie man, das ist die Haustür. Okay. Ein Hochzeitsbild. Und saufen tut da auch einer ordentlich. So, was haben wir hier? Watch out. The gap in the door. It's a separate reality. The only me is me. Are you sure? The only you is you. Ja. Das einzige Ich bin ich. Gut. Was? Was ist das? Wo kommt das her? Wo kommt das hier her? Scheint mich. Ich höre doch da was. Eine Frauenstimme. Irgendwie so eine Quake oder so. Gut, hier geht es nicht raus gerade. Uhrzeit ist noch die gleiche. Scheiße. Das Licht ist aus. Klai. Gut, dass sie eine Taschenlampe dabei hat. Bäh. Iii. Bäh. 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 Nee. Kakerlaken hier. Bäh. Okay, Licht ist wieder an. Und die Tür ist immer noch zu. Was darf? Die Lampe flackert. Die Lampe flackert. Kann ich mir vielleicht ein bisschen Mut ansehen? Und hier flackern die Lichter auch? Oh Mann, nee. Äh. Okay. Okay. Hin und her, hin und her. 23,59. Komm ey, mit euren bepissten Langen. Immer mal schon da, wo man da ist. Wie geht das? Wie geht das? Ich will da nicht hin. Ich will mich verstecken. Ich habe gerade gedacht, geh weg. Jetzt ist sie weg. Ist alles gruselig. Nee. Oh Mann, nee. Und das ist schon wieder aus hier. Kann ich da jetzt raus? Nee, immer noch nicht. Scheiße. 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 Ähm. Frisst die mich? Ich glaube, die frisst mich. Hört ihr das schmatzen? Ich glaube, die frisst mich. Oh. Scheiße. Ich glaube, das Spiel ist zu Ende. Ja. Boah. Iiii. Ich glaube, das waren gefühlt nur fünf Minuten. Aber ich habe mich voll gegruselt. Iiii. Okay. Ja, dann würde ich sagen, an dieser Stelle, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß, auch wenn es zu kurz war. Ich freue mich auf euch beim nächsten Mal und sage Tschau. Boah. Bis zum nächsten Mal.